Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo, willkommen zum Video mit dem Thema Viren, lytischer und lysogener Zyklus. In diesem Video lernst du zwei verschiedene Arten der Vermehrung von Viren kennen. Wir besprechen zuerst den lytischen Zyklus am Beispiel der T4-Fage. Danach wird der lysogene Zyklus der Lambda-Fage dargestellt. Um das Video optimal zu verstehen, solltest du folgendes Vorwissen haben. Du solltest wissen, was ein Virus ist und wie sich Viren grundsätzlich von Bakterien unterscheiden. Du solltest auch bereits davon gehört haben, was Phagen sind, nämlich Viren, die Bakterien befallen. Wie du hoffentlich bereits weißt, sind Viren auf Virenzellen angewiesen. Die Vermehrung findet innerhalb der Wirtszelle statt. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.